Gina! Hey! Na, alles klar? Ich bin's wieder. Mit Gina Lathria zusammen mit Vicky. Mit Vicky vom Swingerclub, kennt ihr alle. Wir haben was ganz tolles Neues für euch. Es kommt direkt aus Afrika. Es ist pure Seide hier drum, schwarz, schön. Schönes Bändchen. Ein schönes Bändchen. Oh, da kann man dran rumlecken. Schmeckt das alles? Warte, warte was. Gina, das ist gut. Das ist ja was. Das gibt's ganz neu jetzt hier. Zu kaufen. Das ist wirklich Handarbeit. Handmade. Made in Afrika. From the one and only. From the beach. You know? So. Wir haben für euch 64 Leitungen aufgemacht. 64 Leitungen. Ihr müsst jetzt anrufen. Pass auf. Die vier, sechs und die zwölf sind direkt auf. Das ist ja verrückt. Das hatten wir doch letztes Jahr. Pass auf. Oh, da klinge ich schon auf der Zwölf. Auf der Zwölf. Meine Lieber. Meine Lieber. Ich weiß ja gar nicht. Wer ist denn da? Hier ist der Klaus. Hallo. Der Klaus? Das ist Klaus. Hatten wir uns schon mal gehört? Nein, nein. Das ist nicht der Klaus aus Wotendorf. Nein. Das ist der Klaus. Klaus, wo kommst du her? Ja. Woopertal. 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 Das war letzte Woche erst mit der Andrea. Ja genau. Woopertal. Schwebebahn. Genau. Schwebebahn. Klaus, für dich 200 Euro, es ist geschenkt, du bist glücklicher Gewinner, eigentlich kostet 200 Euro, es ist ja ein Schnäppchen. Pass auf Klaus, nimm es zwei, nimm es zwei, 300. Ja, ist okay, Klaus, du bist noch da, Klaus? Ja, 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 ich werde gar nicht gekauft, für die Nichte, für die Frau und für die Nacht. Ja, 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 ich bin da, ja, 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 ja. Ja, bin da. Er macht es. Bleibt an, wir haben jetzt noch ein... Wir haben die Leitung 4 und 6 noch auf. Ja, wir haben auf, deswegen, es sind ja auch noch hier. Klaus, Klaus, die 3 geht... 425 Euro, Leute, ruhig an, ihr könnt dabei sein. Danke. 4 und 6 ist noch auf. 4 und 6 ist noch auf, da, wann bin ich voll spannend. Was hat der Zähler, der Zähler, der Zähler sagt, oh, noch 20 Stütze noch da. Jeder Buchstabe ist ein Gedicht, B, O, E, oder was ist das? Boom! Oh, ja, was ist noch? V, A, N. An, was hast du noch? Was siehst du noch? Hier. Das ist ja, das ist ja hier, guck mal hier, der Kamerajohn, zeig mal in die Kamera hier. Du hast da auch eins hier, guck mal hier. Hat er gekauft, vorgestern, bei Amazon für 6,99 und jetzt hier bei uns für 200. Es ist geschenkt, Leute. Der Klaus hat, Klaus hat 3 Stücke, wir haben noch. Oh, ich seh, es kann nur noch 12 Stücke, oder? Oh, jetzt, 12 Stücke. Oh, wir haben hier noch auf Leitung 4, Mann. Wer ist da? Rida, Rida, grüß dich. Rida! Grüß dich. Du hast, du bist auch schon mehrmals dabei gewesen, oder? Ja, wieder. Ja, das habe ich. Ja, wieder mal durch. Wo bist du dabei? Wieder, wo bist du dabei? Weil am Rhein, da im Weil am Rhein. Da war ich letztens in Weil am Rhein. Warum bist du nicht vorbei, ich gebe mein ganzes Geld für euch aus. Ich gebe mein ganzes Geld für euch aus. Ja, ich hätte gerne 4. Okay, gut. Ach, 4 Stücke? Ja, ja, meine Rente ist so dicke. Oh, jetzt sind nur noch 6, da. 4 Stücke für mich, gar ein Problem, ich rufe wieder auf. Welche Leitung? 6, die 6, 6, wo waren 6? 6, 6, 6. Klingelt, jemand gleich. Das ist ja wahnsinnig. Das ist ja wahnsinnig. Die Leitung 6 ist doch... Nur noch 3, nur noch 3. Nur noch 3, auch Udo und Leitung 6 hat's schwer, hat's schwer, hat's schwer. Hat's schwer, hat's schwer. Da klingelt's. Da jetzt, da klingelt's. Wer ist dran? Hallo, hier ist Renate. Wer ist der 6? Renate. Aha. Hallo. Das ist richtig, ja, ja, ja. Wie war dein Name? Im Stau auf der... Renate. Ich habe deinen Namen nicht verstanden. Ricardo. Ricardo. Richtig? Nee, Renate. Renate. Grüß dich, Renate. Mensch. Hallo, wie geht's denn euch? Schön, dass du auch mal da bist. Stuttgart. Ja, du kommst. Genau. Ich komm aus Stuttgart. Ja. Oh, was? Ja. Kannst du, kannst du, kannst du, kannst du ein bisschen. Später kann ich auch nicht. Säbli. Ich bin eigentlich nicht aus Dortmund, wegen der Bänder. Stuttgart kann alles raus. Wegen die Bänder ruf ich an. Stuttgart kann, glaube ich an. Wegen die Bänder. Renate, pass auf, du kriegst jetzt von mir die letzte Vierer. Für 1.300 Euro. Ja, aber das kostet. Da sind sie. Das ist es. Hat sie gekauft. Die gehen nach Stuttgart. Prima. Dein Dose. Renate, bleibt dran. Danke euch. Ihr seid super, ihr macht eine Supersendung. Das sind deine. Supersendung. Danke. Danke. Alles weg. Gina, alles verkauft heute. Ja. Super. Also wirklich. Alles weg. Es ist gar nicht so schwer. Ihr müsst einfach nur das neue Bild von Bärk Album stellen. Bum. Von Bärk. Überall an Degge. Und dann gibt es das Gratis dazu. Das ist doch was. Die ersten 50 Besteller kriegen das Gratis. Die nächsten 50 müssen schon wieder 200 Euro bezahlen. Nein, nein, nein. Das ist halt. Aber es war gut. Das ist halt. Tolle Sendung. Gut verkauft. Gerne. Prima. Wir bestellen nach. Wir kommen wieder. Vicky, es war schön mit dir. Hat mir gefallen. Macht's gut. Bis dann. Ciao, ciao. Tschüss. Tschüss. Tschüss.